Hey zusammen und willkommen auf meinem Kanal IsmalsMörg. Wir sind hier in Steiermark unterwegs, und wir heute bei einem ehemaligen Sesame, das sieht man da hier, wie eine coole, zugewuchtete Make-up vorne. Weil in einem Jahr kann ich auch sehr viel verändern bei so einem Lost Players. Ich möchte mich mal bedanken, über 60 Abonnenten auf meinem Kanal. Wir sind eine spitze Community, und so halten wir immer zusammen. Und da wollen wir nochmal einen großen Dank aufsprechen, an euch draußen. Ich bin zwar noch ein kleiner YouTuber, vielleicht wird das mal ein großer YouTube-Channel transmieren, aber wie gesagt, YouTube wie ein Online-Tagebuch für spätere Erinnerungen, dass ich einen Rückblick habe, wenn ich älter bin, dass ich die Videos nochmal anschauen kann, und da ich sagen kann, hey, ich war mit Freunden dort, in einem Lost Players oder woanders, und dass ich mal so eine Erinnerung habe. Und wie ich sagen kann, die Videos habe ich so hundertprozentig selber geschnitten, und es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Und ja, nochmal tausend Dank an 60 Abonnenten, vielleicht schaffen wir auch noch mehr. Würde mich freuen. Da hinten der Sessellift, und ich würde sagen, das Lost Place Video startet in 3, 2, 1, jetzt. Wie man hier sehen kann, nach ein paar Jahren ist es hier total zugewuchert. Die Pflanzen sind sicher, ich schätze mal, eine gute 1,80 hoch. Es wird wirklich Lost hier. Und jetzt, meine Freunde, fangen wir von unten an und fahren von oben auf. Und ich marschiere genau hier durch, durch das Gebüsch. Und mein Kameramann wird mich begleiten. Bleibt dran, es wird spannend werden. Also Abendbräufe geht. Ich kämpfe mich noch hier mit, wie jetzt du. Wir müssen den wegnehmen, der schon umgeklickt wurde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Kannst du die Kamera nehmen? Ja, schon. Ich will erkennen. Wunschst du die Kamera? Ja. Moment. Radioprogramm. Donnerstag, der 3. September. Schauen wir uns noch in welchem Jahr. Schon da ist nicht so aus. � uta inspect toy 20 20 Was machen wir jetzt mal gucken? Wir ändern uns um 18 bis 18 bis 18 bis 18. Ich bin sicher, dass das nicht original ist. Da wärst du nur so am Ohr drin. Anami verbotzt worden ist. Ich hab schon irgendein Handy gehabt. Moment, das wirst du, oder? Nein. Oh, ich bin lustig. Hey, ich weiß nicht. Da wärst du in die Haltung. Oh, nein. Oh, was das ist? Oh, das ist nur so aus. Oh, oh, das ist ideal. Oh, das ist vielleicht nicht. Wie kannst du dich vorstellen? Oh, ganz viel. Kann ich Ihnen sagen? Wie kann ich Ihnen das Kontakt geben? Das ANDERGELS. Und hier habe ich schon einen Schlafplatz eingerechnet, dass die Matratzen so ausschauen, weil ich schlafe schon seit Monaten hier drinnen. Und jetzt geht weiter in 3, 2, 1. Weiter geht es in den Tunnel. Die Maschine geht nicht mehr auf. Mit dem die Maschine die Maschine gibt und mit einem Herzen ein sucht, dass es einen Drei ist. Die Maschine ist unter anderem. Entschuldigung. Entschuldigung. Willst du bekniefen? Probier! Probier mal! Action! Action! Ich tue nur noch mal! Mach mal noch mal! Ja! 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 Einen schönen guten Tag mal hätten wir gerne! Einen Dickel bitte! Für eine Person? Ja! Mach dann einen tollen Lacken aus! Vielen Dank! Dankeschön! Und ich wünsche eine gute Unterhaltung! Was ja gerade einfach! Ja! Ich wünsche Ihnen den Tischplatz umsessen! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Und mir einen Toller-Bedin! Danke schön! weit distributed! Geht durch! Wie denn wäre es um wenn wir aus dem flexorysen? stereotyrie Kerchen! Sauber厠gikum! Das Beste macht wirklich ganz gut hin! Ecst nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020